So hallo und herzlich willkommen heute ein kleines video wo ich euch das Star Trek Swap Tool vorstellen möchte das jetzt mit dem neuen Patch dazu gekommen genau mit den Star Trek Trade-Ups gibt es jetzt hier dieses Swap Tool das findet ihr da wo ihr die Kisten auch kaufen könntet gibt es auf kost 92 Cent dafür bekommt ihr zweimal dieses Swap Tool und es geht wie folgt wenn ihr das hier habt öffnet ihr das dann habt ihr eine Waffe die jetzt ihr benutzt zum Beispiel die hat jetzt hier 15 Star Trek Aufzeichnungen also 15 Kills mit Star Trek und da könnt ihr jetzt zum Beispiel also ihr könnt nur eine Waffe der gleichen Art mit reinpacken die hat hier 0 15 0 geht ihr auf weiter dann gehen hier die 0 Kills und hier werden 15 Kills und dann Confirm Swap und somit wurde das dann geändert ja das war ich der ganze Spaß geht natürlich mit allen anderen Waffen aber eben immer noch mit der gleichen Art ist ganz lustig denke ich wenn du mit einer Waffe schon so viele Kills hast und dann eine andere AK zum Beispiel haben möchtest kannst du die einfach swappen ist eine coole Aktion könnt ihr mal in die Kommentare schreiben was ihr davon haltet und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao